Gleich voll der Server und damit sagen wir Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Rocket League mit den Verrückten von ZDH Share Connection, die ein bisschen Fußball spielen wollen gegen irgendwelche Leute. Ich bin auf deine Skills hier spannend in extrem. Alter, du wirst staunen wie ich den Ball treffe. Ich habe schon mal jetzt die Taste gefunden, wo man Handbremse machen kann. Geil. Oh, ich bin raus, das ist schon zu lange her. Das ist zu lange her. Schön, schön. Haben wir schon begrüßt? Haben wir schon Hallo gesagt? Ach so. Ja, wir haben uns schon gerade begrüßt, aber der Mann ist bei mir. Und der Mucki ist auch da. Da ist er. Schön. Ja, hallo Freunde, hallo. Reingeschlupft, das Ding. Wo ist der Dicke? Hier. Ähm, da hat ein Abonnent, hat er gefragt, wie wir die Kamera bewegen können in der Wiederholung. Das geht mit dem rechten Analog-Stick geht das. Ach so, hätte ich. Da kann man sich halt noch mal so ein paar schöne... Oh, lass ja schnell gehobst. Hm. Ey, was auch noch geil wäre, wenn die Autos Schaden nehmen würden, ne? Ach so. Ja, genau. Wenn die Autos total verbeult wären, Alter, so durch... Yo. Habt ihr gesehen, meine Skills? Man, hast du gesehen? Zahn. Den Skill, Alter, hochgehobst, den nicht getroffen. Oh, nein. Oh, nein. Na, ein Glück, er ist blind. So, Mucki, die springen hinten, Jungs. Warte, warte. Oh, oh. Hm. Oh, oh, oh. Ja. Oh, den habe ich aber gut getroffen, du. Hast du das gesehen? Ja, ich bin vorbeigeobst, das hätt' ihr sehen. Nein. Was mir noch nicht so gut gelingen mag, ist, äh, diese, diese Gleitphase. Gleitphase? Na, hier diese... Tore schießen. Ah, pass auf, Jungs, vollkommen! Siehste, kaum sprichst vom Gleiten schon, gleitet's ab. Oh, Mann, du warst schon noch dran, war doch gut. Ich hab ihn angespielt. Scheiße. Ja, ja, es wird schon. Ich geh, Mann, du bleibst. Ich hab mir ein Bier im Auge gekleckert vor Aufregung hier. Äh, ich mein... Ich hab mit dir... Mein Wasser. Mein Wasser. Mein Wasser! Ja. Oh. Oh, oh. Ja, weil... Oh, Entschuldigung. Das war wieder ich. Das gibt doch ja nicht, da war keine Sau, da fährst du mir hinten drauf? Nee, ich kann den hier sehen, von... Nee, ich kann den hier sehen, von... Der Einzige, der... Äh, äh. Bam, Junge. Man ist extra zurückgehalten, dass... Man ist der Einzige, der morgens um sieben schon Bier trägt. Echt, mal. Ein Glück, wir haben das... Ein Glück, wir haben das Sonnabmorgen, ne? Um sieben. Genau. Juhu. Ich geh? Ja, ich auch. Oh, erst hab ich Kontakt. Was? Wollte sie bloß in Position bringen, da oder was? Das sind Skills, meine. Das sind Skills. Ja, nächste Turnierkarte. Nein! Wir sind vorbereitet. Oh, verflucht. Ja, also ey, ich bin heiß, Alter. Lass uns ein Turnier spielen. Nein! Das war gut. Mach mal. So? Ja, war gut. So schön. Ich bin hinten. Kommt drin. Oh, der kommt gut, der kommt gut. Ja. Der hat fast selber reingemacht noch. Ja. Aber ich war zu weit weg, also... Ich hab ihn auch ganz schön verfehlt noch. Also wenn ich mich so verlassen kann auf den Torwart, dann brauche ich gar nicht mit nach hinten fahren mehr. Wer kommt? Oh, Mann. Jungs. Da wusste er nicht, dass du umdrehst. Mugga verpisst ihr hier. Du musst Tore machen. Was? Dafür habt ihr mich doch. Dafür haben wir nicht genug. Oh, guck mal, Mensch. Ich bin ja nur so halber... Wenn dich nicht hätten. Ja, dann wär alles besser. Dann hättet ihr da schon längst ein Tor. Aber guck mal, der Olli hilft uns hier. Der Olli ist auf meiner Seite. Der sieht auf. Oh, Mann, ey. Guck dir das an, Junge. Guck dir das an. Was? Ein Tor. Junge, Junge, Junge. Guck dir an, ey. Mehr eine Luft als auf dem Boden. Ja, echt mal. Gut, so muss das sein. So, ihr geht. Ne? Ich bleib. Ich bleib hin. Ich hab'n Start auf einem. Jetzt hat er mich geschobst. Oh, kein Boost in der Tasche. Oh, oh. Der kommt gefährlich. Den hab' ich noch weggezaubert noch. Kommt drin. Nein. Ich spiel' ihn zurück. Das ist ja aber ein kreuz und quer da. Oh, Junge. Was? Ein Ding, Junge. Guck dir an. Guck dir an. So was das Laufen hat. Guck, genau da. Da, 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 da. Ja. Guck, du wolltest schon wieder abgestauen. Mal genau wie sehen. Ja, ja. Ich wollte nur sicher geben, dass sie ihn nicht, Chris. Ja, ja. Du leidst ja öfter mal dazu. Du traust mich nicht. Vorbei zu schießen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sehr gut. Und er läuft. Nein. Er rollt rein. Er rollt rein. Er rollt rein. Er rollt rein. Mann, jawoll! Mann, du bist ein Tier, Alter. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Jürgen und Wucki schwebt durch den Saal. Wucki schwebt hier, pass auf. So sehen Sie gar nicht. Schnell raus. Schalalala. Ich geh. Ja, ja mach mal. Oh, oh. Inne. Ja. Nein. Nein. Ich bin zu weit dran. Oh. Jetzt hat er mich verschluckt. Mugga kennt keine Freunde. Ehrlich. Der Ball ist gefährlich? Ja. Nein. Nein. Schön abkassiert haben wir sie, Junge. Gewonnen. Sauber. So, das war der erste Sieg, Jungs. Ja, das. Und der zweite folgt zugleich. Ja, ja. Hoch mit Komfortanfall. Tja. Haben wir sie regelrecht ausgepeitscht. Ausgepeitscht. Gehen sie mit hängendem Kopf vom Platz. Genau. In die Umzugskabine. So, ich bleib. Ja. Ich fahr. Kriegen die Bots auf den Sack. Ja, nu komm. Jetzt. So, Jungs. Seid abbereit. Am Strayer. Ist egal. Ihr wonnen ist, ihr wonnen. Sauber, Mucker. Musst du aufpassen, ne? Kackbots, alle. Juri. Oh, schön vorbeigemeißelt. Der kommt. Komm, hau ihn drin, ne. Seid mir vorgelegt. Den hab ich dir vorgelegt. Ich wollte erst... Ich sag, gehst ran, gehst nicht ran, gehst ran. Aber wenn du sagst, geh ran, dann mach ich das. Danke. Sehr schön. Ich hab kein Boost mehr. Ja, Boost ist schwer zu sammeln. Ich weiß. Ja, ja. Nicht so wie du. Ständig im Kreis fahren kann nicht jeder. Oh, oh. Ich hab kein Boost. Ich hab kein Boost. Der zeigt Boost. Ist das ja in der Geste, oder was? Ja. Oh, scheiße. Ja. Nein. Nein. Ja, da hapert das in der letzten Phase. Ja. In der Rückflugphase. Ja, der war gut. Da war viel schön mit bei dem Mann, ne? Ja, ne? Ja. Ich hab auch eben grad nur Augen für den Ball hier gehabt. Ich hab nicht nach links und rechts geguckt. Ah. Verdammig. Eigentlich brauchen wir ja kein Torwart dahin. Das Klima so nicht. Nein. Torwart wird überbewertet, die Scheiße. Naja, und wenn dann ihn gibt, dann ist es wieder die Schreie groß. Ja. So wie immer. Ja gut, wir sollten vielleicht doch nicht verkacken. Eindeutig. Nein. Mann, was war hier? War zu schnell. Oh, peter. War für menschliche Augen einfach zu schnell. Boom. Kommt. Ja. Ah, schnell, Mann. Ich wollte mich nicht abstauen. Ich wollte nur... Guck mal, links unten. Pass auf. Ja, ich mir selbst gegeben die Vorlage, du. Nee, hast du von mir. Und links. Den Mucker steht da. Ja, ja. Bloß, weil sie dich auch mitspielen lassen. Mann, ihr seid doch ehrlich. Ohne mich schaffst du es einfach nicht. Ach. Wie werdet mir... Wir sagen uns nur nette Worte. Kannst du vergessen. Nie wieder bei diesem Spiel. Sag mal, ne? Ach, blau ist ja unser Tor. Oh. Jungs, Herr, das ist meiner. Wehe. Oh, Mann, oh. Bin er denn jetzt zerstört? Nein, Juni. Zurück, zurück, zurück. Zurück, schnell. Zurück. Oh, was ist denn das hier? Was dafür die Stolper hier? Oh, schön. Habe ich da neben mir, obst mich wieder mal... Diese Scheiß-Bots, ey. Wer hätte das gedacht von dir, also... Echt mal, bei den Skates, die ich mir so antrainiert habe. Vorher schreibt aber ihr noch auf WhatsApp, weil ich seh... Oh, ich hab so viel Skill in diesem Spiel, Junge. Na, wart mal ab. Das wird ja jetzt frei entfalten, wart mal ab. Ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, dass ich da nochmal 2 gegen 2 und gegen Anfänger gespielt hab. Gegen die Anfänger-Bots. Ach, warum dreht sich denn diese olle Karre immer kalt oder den Stick gerade? Da kommt der Atmung, ja. Nein! Mann! Ist doch nicht wahr! Mensch, das ist doch ärgerlich. Oh! Sorry! Oh, mocha so da. Haha! Ja, mocha so da. So, ich kann zu einem Hochkonzentration. Ich bin Konzentration. Oh, ne! Oh! Jetzt nach vorderen, das Ding! Steh in der Mitte! Oh, mocha hat sogar noch... Oh, meine, super! Oh, hohohohohoho! Oh, lange! wieso ich da weg schob sie schweine ohne das ist schön gelöst man hast du schön gemacht mich ist verlass das hat auch schon die wiese du machst doch was ich weiß aber nicht ob muka dann da ran fährt oder nicht dass wir hier zu zweck wieder einmal um kannst du generell sicher sein der fährt an jedem ball versucht daran zu kommen ja ich auch habe ich schon von der stoßstange nehmen wenn du ball haben willst jetzt ist natürlich schneller dran gewesen da mann er kommt ja ihr braucht meine hat hat er gesehen junge die flanke ich bleib läuft ganz klar entscheidend wäre es hier für uns nein wär auch so schön gewesen oh nein oh nein noch eine lange sekunde die da gerade gegen ein holster spieler wie immer schön hast du schön gemacht oh scheiß computer hier keine lustige gegen bots gegen gegner spielen gegen das fleisch und blut mit lahmen fingern so ich bleib ein bisschen gicht darf schon dabei sein findet wohl keine spieler da ist der glanz ab meine drei wochen rocket league weiber und stinger sind dabei naja ja 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 das ist nicht mehr normal recht kack bots ey kack bots hier guck dir es an nein 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 was ein ding ja keine Ahnung wo ich dahin geflogen bin da kann man nicht mal mehr kommentieren das ist so scheiße ja ja gegen bots spielen ist halt kacke ne da wird doch das für ein ball alter Jungs mach drin Na siehste so ne so ja so ist gut so war gut so guck mal wie ich ihn dir vorgelegt habe guck mal hier den Ding gespielt ich wusste ich dass Mokka kommt ja natürlich und dann hab ich mich im Tor gehalten so lange wir haben nämlich absprachen hier wir rufen uns im Amorse Zeichen zu so wie SOS piep 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 ja ihr habt doch gerade noch per words app geschrieben ne manne bin hinter dir manne den krieg ich den hab ich wer ist denn hinten im Tor bei uns ey ich war da gerade kurz kurz komm drin ja alter wenn das mal kein hammer Ding war ne wenn dat mal nicht Glück war ey je konnt war hehe gell wo mit denen getroffen hat dat war je konnt man ne nix andere mal unterboden im roßendreck war das im rassigen unterboden nur da legt ne kleinere frontschürze hab wir ja nicht reingegangen so Mokka da gleich nochmal in grün Oh, der ist zu hoch, der ist zu hoch. Das ist doch nicht hoch. Ich komme mit dem Fliegen noch nicht so ganz hinterher hier. So. Mitte. Oh, geil, da musst du nachsetzen. Du hast den Ball versagt. Ja, habe ich probiert. Schön, Mega. Wir versuchen, den Ball zu kriegen. Und nix passiert. Und er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Das hat ihn schön selber machen lassen. Guck dir an. Da, erstmal gegengefahren. Da kam Beiber. Das war eingeplant, habe ich gesehen. Die Bremslichte. Bleib hinten. Ja. Immer diese Tidria. So, weiter, weiter, ich bin in lauer Stellung hier. War, Mokadato nicht. Oh, der kommt zurück. Ja. Konnte nicht so schnell umdrehen. Oh, Mokadato. Der hat den Heddyk haben. Besser. Der kommt gut, der kommt gut. Schüsse. Er kommt jetzt rein. Er kommt rein. Bleib drin, bleib drin. Er kommt nochmal. Kommt wieder rein. Ich brauche nur Müll. Wenn ich wiederbleiben. Wenn ich am Ball bin. Ich spiele nämlich mit meinen Teamkollegen. Ich muss Müll erst holen. Ich kann nicht machen. Hui. Hui. Kommt zurück. Kommt zurück. Das ist schon durchgefahren. Manne, manne, manne. Nein. Alter, was war das denn? Und Stimmigkeiten in die? Alter, guck dir bloß nicht die Cam an, Alter. Pass auf. Hui, hui. Ha, vorbei. Vorbeigesaus. Oh, der kommt, der Ball. Ich muss weg. Ich muss weg. So, ich bleib. Macht ihr mal. Oh, nee. Mane, ey. Ja. Mane, ey. Also, mit deinem Ball treffen. Ja. Du wirst ja noch ein paar Mal das Tutorial spielen müssen. Guck. Weil die Troffen aber in unserer Seite gespielt. Oder ich. Hui. Den hat er gesehen. Hat er den. Guck dir an. Hui. Hui. Wusch. Flash Gordon, Junge. So, ich bleib. Alter, Weiber, verpiss dich. Ja, Weiber ist hartnäckig. Ist ein hartnäckiger Bot. Aber ich bin dran. Hab kein Boost. Ehe, hab kein Boop. Der steht unserem Ball davon. Hahaha. Der muss aus eurer Sicht total lustig aussehen, ne? Oh, Muck. Muck, Muck. Muck, Muck. Die Katze normal. Die holt den Ball. Katze, oder wie jetzt das Tier mit dem Ringelschwanz, ne? Das fliegende Schwein. Das rosa Schweinchen von Monopolin, ne? Da war es wieder. So, Mann, er bleibt meiner Mitte. Mann, er bleibt in der Mitte? Ja. Ah, okay. Bin immer noch in der Mitte. Oh, Fallrückstier, was? Jetzt Fallrückstier. Weiber da. Alter, voll geschubst. Hat er mich. Da ist ja uns, ein Tor geht noch. Ist immer noch gefährlich. Muck hat sich dazwischen beruft, Alter. Wie der Spatze ne Scheiße. Wie die Spatze ne Scheiße. Bautz! Guck dir mal, den lässt er sich nicht nehmen. Schön, ey. Der lässt er sich... Ja, ja, der wäre auf so viel gegangen, Mucka. Nein, wäre er nicht. Guck, der wäre ganz schief gelogen. Ja, schon gut so. Ja, ja. Bin trotzdem wertvoll zu spieler. Ich habe Balli getroffen. Mann, ich habe Balli getroffen. Hoffe ich. Warte auf, der kommt. Scheiße, doch nicht. Komm, ein 7 Sekunden-Turm, Mann. Oh, schön. Oh, war das herrlich, ey. Ich glaube, das müssen wir irgendwann nochmal machen. Guck mal, wir haben jetzt drei Folgen gewonnen. Drei Spiele gewonnen. Mucka ist der beste Spieler. Wer auch sonst, ne? Ach, wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, die Hashia Connection spielt. Rocket League. Na denn, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Tschüss. Tschüss.